So, jetzt gerade mal nicht den anderen anlocken und fahren die heilen. Juhu! Oh, geil. Nicht den anderen anlocken, ich bin immer da zu heilen. Okay, mehr an den ganzen Mana hab ich nicht. Oh Gott! Einfach bis dann so. Komm, wie die Bundys voll drauf gehen. Entschuldigung. Ja, nice. Ja, gut. So. Wuscht halt ja einigermaßen so funktionieren. Das ist voll gut, dann Peter Heil, da werd ich bestimmt schon wieder dran verreckt. Jetzt hab ich das Bunny geheilt statt Hardy. Das ist, man muss ein Ziel locken können eigentlich. Also, dass man das so festmachen kann. Das hat nicht wechselt, nur weil einer dazwischen läuft. Dann bist du wieder 17 Uhr, das heißt, wir haben gleich wieder die ganze Zeit ein 8 Uhr rückweg. Alter, schon wieder so ein Monsterbaum. Die sehen so cool aus. Ich würde da gerne oben mal drauf und einen Windkleider benutzen. Oh ja. Oh ja, das wär... Da kannst du wahrscheinlich bis zur Stadt fliegen. Wo rennt ihr denn hier an dem Lindenberg anlang? Ich wollte ja nicht runter hochkürzen. Und das wär mal richtig geil. Ah! Aua! 88 Damage, Junge. Erlebt mich mal am Arsch. Ja, man. Healing ist sofort am Start. Ja, man. Und dann kriegst du das mal, oder? Ja, das sind nur NPCs. Alter, der Baum sieht echt fett aus. Warum hab ich noch keine... Warum hab ich mir den Scheißgeiter nicht gekauft? Gute Frage. Bei den... So lange wird man hier unterwegs ist, ey. Sowas immer im Voraus kaufen. Was für ne Stärke hab ich mittlerweile eigentlich? Power... Ey, Christian. Da könnte man kurz bitte stehen bleiben. Ja. Christian. Ey, Peter. Ja. Ähm, Bandy. So geil. Aber geil, Junge. Weißt du, weil ich... Hast du mittlerweile die zweite Top Gear Folge zu Ende geguckt? Äh, ne, noch nicht. Warum? Egal. Ich fand die auf jeden Fall insgesamt ja nicht so gut. Hab ich dir auch schon erzählt. Aber... Die dritte ist fett. Die macht dann alles wieder weg. Hahaha. Oh, die sind rot und orange. Das ist ja fies. Gehen wir ja unten mal durch. Alter, wie viele Bunnies hier sind, ey. Zwei. Warte mal, Bunnies? Ach so. Unsere Bunnies. Ach so. In Höhle? Ach, da hat wieder direkt die Nase gejuckt. Von unserem Goldjunge. Auf jeden Junge. Kottenjunge. 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 Gehen wir erst nach links. Äh, lassen wir kurz auf die Mappe gucken. Rechts ist näher eigentlich. Nein, das ist egal, weil wir zu weiten müssen. Ach, ich habe übrigens auch gelesen, da es Portale gibt. Oh, lol. Wo ist eine Krähe? Boah, ich muss mal kurz kurz trinken holen. Geil. Oh, okay. Die Waffen machen auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schaden. Hast welche gefunden? Ne, ne, ne. Ich habe mir die, die ich jetzt, die ich vorher gekauft habe, die kann ich jetzt benutzen. Die hauen schon mal ein bisschen mehr rein. Aber schon ein bisschen mehr. Ach so viel mehr. Geht aber, was machst du? Trinken holen. Warte doch mal eben kurz. Oh, warte mal auf Twitter. Okay. Ah. Ah. Ein gutes, stilles Wasser. Boah, ich hätte jetzt echt Bock. Ja, okay. Warte, worauf hättest du Bock? Boah, ich hätte jetzt Bock, wenn du so einen Energydrink reinzunehmen. Dann habe ich 0,75 davon getrunken und dann penne ich vor 6 Uhr wieder nicht. Dann hast du 0,75 davon getrunken? Ja. Ach so, weil du drei von den... Bei den halben Liter gehe ich schon ab. Verstehe, ich habe gerade einen halben Liter getrunken. Ich habe aber noch 2,025er. Aber irgendwie traue ich mich nicht. Und Apfelschorle ist jetzt so low irgendwie. Nicht Premium? Apfelschorle ist aber erfrischend wenigstens. Absolut. Weil da hättest du ganz gut eigentlich. Sind wir eigentlich an dem fetten Baum vorbeigelaufen, sehe ich das richtig? Ja. Ja. Alter, hier sind Alpakas. Nice. Die geil ist fertig. Okay, die sind cool. Kann ich jetzt auch zählen? Oh mein Gott, sehen die geil aus. Boah. Die haben auch so lange Hälse. Oh, Eisen. Oh, wo ist Hardy denn schon wieder? Ne, das war nur so eine kleine Mini-Höhle. Ne, ist da nicht. Naja. Das ist die Wahrheit, Junge. Loll, was gibst du dem da, Christian? Was ist das? Ein Vanilla Cupcake. Scheiße. Echt cool. Jetzt habe ich einen Level-4-Alpaka. Hast du jetzt den Bunny verstoßen? Ne, mein Bunny ist jetzt in meinem Inventar. Das kannst du aus dem Pet-Fenster in so einer Box in dein Pet-Inventar ziehen. Vanilla Cupcake? Kannst du was auch? Hardy, guck dir mal bitte das Bunny ganz genau an. Zieh da noch mal rein, wie das aussieht. Das sieht so aus, als hätte das irgendwie so voll die Zahnlücken. Das sieht aus wie... Also... Ja, ohne Scheiß. Burb Bunny. Ich mag meinen Bunny nicht. So ein Alpaka sieht viel cooler aus. Oh oh. Ja, aber wir haben keinen Vanilla Cupcake. Nein, ich weiß. Ich habe auch schon wieder irgendwoher so einen Fruit Basket. Kommt dir direkt hier rein? Einen Fruit Basket habe ich auch, aber ich weiß nicht, wofür man den benutzen soll. Guck mal, da ist ein Human. Oh no, was ist das denn für einen Bunny da hinten? Alter, das ist voll das Riesen Bunny. Peter, dem hättest du die Karotte geben müssen. Der Fruit Basket ist für... Willst du das wissen? Ja. Da hat er sich fliegen soll ich besorgen. Fliegen? Ja. Boah, macht irgendwie Sinn. Oh mein Gott, Monster Bunny. Wumm. Ja komm, lass das mal slashen. Ja, das weiß. Ja komm, go, go. Kann doch nix. Wumm. Wumm. Wumm, 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 wumm. Alter. 102 Schaden. Junge. Jetzt gehts ab. Wo ist? Wumm. Wir müssen aber langsam anfangen, diese Spirit-Geschichte generell auch aufzuteilen. Also, letzte hatte Christian, dieses Mal ist Hadi der Glückliche gewesen, nächstes Mal muss auch mal einer der Fan-Campfer dran. Äh, dort hier hab ich Ohno, fällt ja nix für ein Rogue. Oh, ne, das war's. Aber mal ohne Spaß, wie schnell steigt ihr bitte im Level? Das ist echt krank. Warum? Ja, keine Ahnung, weil wir haben eigentlich mal alles zusammengebasht. Fröstenteils. Joa, fast. Seid ihr denn damit einverstanden, wenn wir die Spirit-Geschichten auch mal aufteilen? Ich guck mal gerade, wie viel ich habe. Ne, ne, ich hab ja ab jetzt quasi. Beim letzten Boss hast du ja quasi und dann jetzt Hadi. Ich hab einen Spirit. Hadi und jetzt als nächstes. Ich hab, was hab ich denn an? Hab ich Spirits? Ich hab zwei Unholy Spirits. Und einen Wind Spirit. Na, guck, sonst kommen nämlich die Nahkämpfer ein bisschen besser weg. Das ist ein Mollwurf. Vor allem Hadi. Deswegen ab jetzt immer abwechselnd. Machen wir denn die Season-Reihenfolge oder was? Oh, der hängt was zurück. Ja, was heißt die Season-Reihenfolge? Christian war der Erste, du warst der Zweite. Jetzt kommst du. Äh. Entweder Sepp oder ich. Sepp, Peter. Guck mal gleich mal. Du guckst erst an, welcher fällt. Und dann sagst du, aha, ne. Naja, genau. Du kannst es haben, Peter. Boah, allein hier würde ich schon gerne. So weißt du, mit einem Gleiter so. Ja, alter, die Beepleids, die sind auch wieder rot. Boah, dieses Alpaka. Das ist optimal, das Reitier ohne Scheiß. Du kannst dich da draufsetzen und kannst dich an den Ohren festhalten. Das ist perfekte Höhe. Erstmal an den Ohren festhalten, Peter. Ich stell mir grad Peter auf so einen Alpaka vor, den er war in den Ohren zieht. Vor allem mit seinem Peter-Smile. Da sitzt dann ein Grumpy Pete drauf. Ja, echt. Wenn ich auch so mal Alpaka sitze, dann, dann, dann. Ja, stimmt. Dann habe ich meinen Mundwinkel zumindest waagerecht. Also es ist ja quasi grinslich. Wir laufen an der Kottenpflanze von Wäuse. Ohne Scheiß, ey. Das sieht kein Menschennaden. Ja, Alter, ich bin doch hinter dir. Also halt mal schön die Backen, Kollege. Ich rede doch gar nicht mit dir, du Affenkir. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Ach, das sieht ja winzig aus. Das ist blau. Boah, boah, boah. Also weg damit. Guck mal an. Hier das Wiederbelebungsding. Ist auch direkt vor der Türe. Das wäre doch schön. Oh, mal, kann ich ja währenddessen anquatschen. Warte, die Statue? Ja, manchmal, das brauchst du auch ganz strange. Noch mehr Kottenpflanze. Warte mal denn da. Hier ist erstmal ein Ork. Ein Ork kriege ich hin. Komm mal her. Oh, die werfen so ein Wunderwanderer. Was ist denn da? Level up. Nice one. Moment, ist ganz schwierig, habe ich gesagt. Oh, oh. Ein Mädchen, der merkt ihn trotzdem. Bomber. Bomber. Oh, Bomber. Wenn da irgendwo nochmal so eine Gruppe rumsteht, dann... Ich weiß nicht, kann ich mich daran anschleichen? Hier oben, Hadi. Hadi, schleiche ich da hoch. Ja, warte, pass auf. Da schlage ich mich jetzt mal an. Dann hast du die Abbruch von der ganzen Gruppe, Hadi. Ja, ist egal. Warte, warte, komm. Komm. Was ist denn da los? Wieso kann ich mich nicht? Ich kann mich nicht, äh... Ich kann mich nicht. Geht nicht. Ich kann mich nicht unsichtbar machen. Ich weiß nicht. Geht euch hier, oder? Ah, okay. Oh ja. Macht Sinn. Das gibt echt voll Sinn. Scheiß. So. Alles klar, ich werde unsichtbar. Lass mal einen Tisch essen. Nom, 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 nom. Bin mal gespannt, ab der nächsten Fähigkeit kann ich auch unsichtbar auf die zulaufen. Guck mal, wie ihr jetzt so tippelt. So, viel Spaß da oben. Alter, Junge! Ich muss da hochkommen, ich muss da rein. Alter, was ich dran machen. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Moment, ich sehe euch nicht. Wir brauchen hier Magieresuchus, Christian. Christian fightet noch. Christian fightet noch? What the fuck? Ja, hier sind die, die gehört noch zur Wuppe dabei. Schau mal. Puh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Der Oga kann doch nix, der ist doch weiß. Hier sind Collies. Geht weg, Collies. Ich gebe alles, Leute, ich gebe alles. Alter, schon wieder so ein Mage-Ficker. Grün. So, und den einen da in den Grün, blablabla, 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 blablabla. Guck dich, Junge. Bye, Bitch. Da. So. Ich glaube, der ist echt nicht so schlecht mit dem Heiler in der Gruppe. Naja. Dann braucht Christian nicht mehr so viel Tränke. Kannst du noch mal kurz deine heilende Hand auflegen? Oh, no, 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 no. Peter, ich habe zwei Sachen für dich gefunden. Oh, dafür kriegst du auch erstmal Heilung. Juhu. Okay, Moment, das Ding sah gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Ah, jetzt habe ich das verstanden, wie das funktioniert. Wie das funktioniert. Wie das funktioniert. Ja, die fliegt. Alter Junge. Der ist vergiftet, der Junge. Du musst das Alpaka heilen. Ich wollte gerade sagen, das Alpaka moscht jetzt ja alles raus. Erstmal Alpaka vor Christian. Oh, lol. Das ist auch immer geil. Ich glaube, ich habe gerade nicht mehr Mana. Der hat nur 150 Leben, der Alpaka, ja. Deswegen habe ich den Alpaka nicht. Ach, geh weg von mir, du hässlicher Ork. Machst du mal den Ork kaputt, Junge. Junge. Oh, Bitch. Der heilt sich, Alter, wie der sich heilt. Jetzt habe ich wieder so ein blödes Schwert wegkriegt. Was wieder? Ach ne, das ist für Hadi. Ach guck mal, ich habe sogar zwei für Hadi. Oh, warte, ich muss mich nicht mehr im Anschluss. Na komm, ihr Huren! BAM! Aua, 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 Aua. Die sind alle noch nicht voll, ne? Ach so. Wir stehen unten. Erstmal heilen. Aua. Das ist jetzt hier gerade gar nicht gut. Ja, ich habe die Antwort. Boom. Tot. Ich glaube, das... Ich glaube, die Fähigkeit ist eher dafür da, wenn ich die Aggro habe, dass ich mich verpissen kann. Alter, wie viel kann ich die dabei haben? Warte mal, du bist noch nicht voll. Ja. Ja, ja. Das werde ich jetzt machen. Ich werde jetzt einfach mal hier stehen. Ich ziehe die mal. Ich glaube, dann bemerkt mich auch keiner. Ja, Hadi. Die ist immer noch nicht... Ah, jetzt. Perfekt, Sepp. Genau in dem Moment, wo die rechts bei der Suche scheint. Oh, ich bin der M-State. Äh... Nein, nein, nein. Autschi, Autschi! Nicht gut. Das ist jetzt gerade richtig unnötig. Ich habe dich geheilt, Christian. Und die andere Gruppe ist mit dazugekommen. Ich habe dich geheilt, Hadi. Okay. Jetzt habe ich kein Mana mehr. Okay, jetzt wird das werden. Ey, wer ist denn hier? What? Was ist denn, Hadi? Der Mage hat mir ziemlich auf die Fresse gegeben. So, jetzt mal alle ganz ruhig. Oh, wir hatten da nicht... Ja, dein Hase Pulties. Mein Hase Pulties. Ja, dein Hase Pulties. Ja, dein Hase ist da hingerannt. Gib wohl. Ich habe die drei Collies am Sack. Verpisst euch. Der Oma will sich heilen. Deine Mutter heilt sich, Oma. So, jetzt halte ich euch erst mal. So, jetzt erst mal. Ich habe nämlich was bekommen. Hier generell mal so für andere Leute. Auch hier für den Wohnjahr habe ich was bekommen, Hadi. Das wäre cool. Dann habe ich für einen Ranger ja noch was. Hier. Ich habe ja für einen Rogue bekommen. Noch was für einen Rogue. Oh, geil. Lass mal abschicken. Ja, für den Rogue droppt ja nix. Warte ich so, die Schwerter wird genau.